Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Der kürzeste Weg. Ey, dieses Talabfahrt-Ding, seid ihr am Ende gefahren, oder? Ja, Mann. Ist das steil? Nein, aber es ist übel, die Ziehwege, Bruder. Es ging ultra auf die Oberschenkel. Ziehwege? Ja, es ist auch an einer Stelle so steil gewesen, dass es mir Geld verhauen hat. Ja, das habe ich gesehen. Also den hat es einmal verhauen. Das sah crazy aus, wie es den reingebrettert hat, Mann. Ja, meint ihr, ich kriege bis morgen einen Skilehrer organisiert? Puh. Das ist, glaube ich, impossible. Vielleicht für übermorgen. Ja, wenn du im Chat einmal sagst, du brauchst morgen einen Skilehrer, kommt einer vorbei. Ich habe actually, bro, du kennst doch Mölb noch, wa? Leider. Ich glaube, der ist immer noch Mott bei mir, weil ja, natürlich kenne ich ihn. Aber hier weiß ich nicht, bro. Naja, halt mal die Fresse kurz. Halt du doch mal die Fresse. Ja, ich rede doch gerade. Du hast gerade eine Frage gestellt, ich wollte dich darauf antworten. Ey, dann halt mal jetzt die Fresse, wenn Redman vom Edelturm spricht. Halt mal die Fresse jetzt, aber. Nee, ich sage jetzt nichts. Heikerslapp. Fick dich. Heikerslapp. Fick dich, Dominik, Alter, fick dich. Wirklich. Tag drei, das Drama geht los. Es geht los. Ich mach gleich Cashfeste und gehst nach Hause. Ey, dann will ich nicht. Nein, nein. Cashfeste und Zwiebel. Oh, sorry, ich wusste das nicht. Ich dachte, du willst mich unterbrechen, eine andere Story anfangen. Halt mal die Fresse. Mölbs Bruder ist Skilehrer, meinte er. Ey, du musst am jetzt nur noch flüstern. Sonst kann ich hier nicht streamen. Mölbs Bruder ist Skilehrer, meinte er, und vielleicht könnte ich den anhauen für morgen. Aber ich weiß ja nicht, ob der gut ist, Digga. Wenn das so Familie ist, dann kannst du ja dann auch nicht sagen, ey, Bro, ich würde jetzt ungern nicht mehr nochmal mit dir übermorgen fahren oder so. Ey, Mike, wie lange brauchst du eigentlich mit meinem Handy noch? Jetzt bin fertig. Okay. Ich weiß, du warst schon die ganze Zeit fertig und hast mit meinen Side-Checks geschrieben. Ja. Ist okay, nicht schlimm, aber sag Marsha nicht. Ich hab einen Marsha nicht. Filmruf dann, wir machen einen. Sag Marsha nicht. Wow, die Fordseger, eine seltene Spezies. Den Textmarker. Man sieht nämlich oft hier in der Schweiz. Aber wir haben es hingekommen, eine seltene Aufnahme beim Snowboarden hinzubekommen. Ach Mann, alle Wielandwälte, Leute. Was habt ihr aus unserem kommunistischen Wieland gemacht? Ein Kommunist kann schöne Schiegelamotten haben, sag ich mal. Klar. Man kann auch gut angezogen Müllton anzünden, sag ich mal. Ich meine, es ist kein Kapitalismus, solange Wieland nicht zahlt, ey, gell? Du musst einfach klauen oder so, halt. Ich bin nicht kalt, aber dann. Danke, Bro. Gab's gar nichts mehr im Kühlschrank? Naja. Ach doch, in der Mann und Kühlschrank, ne? In dem Red Bull Kühlschrank. Aber wie? Digga, wir haben einen riesigen Red Bull Kühlschrank. Oh, ich reiche. Digga. Nein, das ist schlafen. Alles gut, ich trink das. Nee, nee. Bro, wir haben einen riesigen Red Bull Kühlschrank bekommen. Der ist wirklich riesig, da steht Red Bull drauf. Und Digga hat im Normalen geguckt. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich würde gerne richtig gerne aus den Klamotten raus hier. Aber ich muss dir halt noch anhalten für Rodeln gleich, ne? Du kannst auch mit normaler Hose rodeln, aber das fickt dein Leben, glaube ich. Ja, ich weiß. Ist da so schwitzige Atmosphäre drunter? Ja, da ist schwitzige Atmosphäre drunter, ja. Boah, ich habe eine Story vorhin gehört von jemandem, der Nachtrodeln war. Ich weiß nicht, ob ich die euch jetzt erzählen soll. Ja, mach. Ich weiß, erzähl. Okay, also es war jemand im Chat und die hat erzählt eine Story von ihrem Bruder, als er Nachtrodeln war. Und der ist halt so gefahren und beim Rodeln bremst du ja immer mit den Füßen, ne? Ja. So. Und dann ist er so gerodelt und dann war da so irgendwie so ein kleiner Hügel, so ein Maulaufschwügel oder kein irgendwas war da auf der Piste, so ein Hügel. Und der war gefroren. Und der war gefroren und dann ist er halt mit dem Fuß da so drauf, weil er gebremst hat und der Fuß ist abgerissen. Was? Hals, Maul. Und hing noch an ein paar Hautlappen und Nerven und die konnten den aber irgendwie noch retten, aber das Bein ist jetzt irgendwie kürzer. Keine Ahnung, Bro, also der Fuß ist noch irgendwie dran, aber der Fuß war abgerissen, komplett von dem Aufprall. Bruder, erzähl das doch nicht jetzt. Ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich hab gesagt, ja, erzähl. Robi, so erzählst du das, Alter. Ich weiß nicht, warum ich lustig finde, wie wir uns das alle in den Kopf machen. Vor allem das Geile ist, Miguel war noch nie Nachtrodeln. Der hat so Angst. Kann man zu zweit fahren? Ja. Oder nur alleine? Kann man auch zu zweit. Denken zu zweit. Kommen wir zusammen? Wir fahren zusammen. Kommen wir zusammen? Mach das nicht. Warum denn? Ich bin mit Mike gefahren mal und wir wären fast gestorben. Okay, aber du warst auch in deinem Content-Film und hast richtig dumm rumgeschrieben. Nein, nein, ich war nicht in deinem Content-Film. Bro, du bist übel schnell geworden. Ich meinte, fahr langsamer, fahr langsamer und du bist immer schneller geworden. Ich meine, Bremse, 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 du hast nicht gebremst. Biele, Biele, Biele. Weil ich die Strecke ja schon mal gefahren bin, weil die Idiote ja hingefallen sind. Mike kannte schon Ideallinie, der wusste schon, wo er bremsen muss. Nee, man wusste es so nicht. Da war eine Auslaufstrecke danach, wir mussten es viel aufbauen. Oh, dieser Eiskanal da, meinst du, wo es nur stand Slowdown? Nein, Bruder, er hat nicht gecheckt, glaube ich. Ey, die Leute von Ugo sind hier rübergekommen. Hugo, danke für den Host, Bro. Was geht ab? Ich hoffe, Geld verdienen macht Spaß da drüben in Österreich. Fick dich, Hugo, hättest du noch mich raten können. Wir werden erst in der Stunde gecheckt. Nee. Ja, real talk, real talk. Ey, wann machen wir los? Also ab 18 Uhr startet das Ganze. Warten wir auf Tim oder geht er nicht mit dann? Ähm, das weiß ich nicht. Willst du mal anrufen? Ja, mach mal. Ruf nochmal an. Also Tim holt gerade sein Handy, Chad hat sein Handy verloren. Hat mir letztes Jahr den Arm beim Rodeln gebrochen. Oh. Ich werde da ganz, also ich werde, ihr werdet alle, ihr könnt von mir aus dreimal fahren, wenn ich da rein mache und da fahre. Nee, aber ich sag euch ehrlich, wahrscheinlich haben wir jetzt alle so voll die Horror-Stories von letztem Mal im Kopf, wie die Piste da war. Und jetzt ist die Rodelstrecke so richtig so 1 km Hader. Ich hab aus dem Lift schon gelohnt. Mein Bruder hat sich das Schienbein zertrümmert beim Rodeln. Habt ihr noch ein paar mehr Storys bitte? Hört ihr noch ein paar mehr Verletzungen, das hören die beim Rodeln passieren können. Ja, es knallt gerade. Ja, wenn wir jetzt fragen würden, was habt ihr euch mal beim Skifahren verletzt? Bro, da würden wir auch Storys hören, das kannst du dir nicht vorstellen. Das stimmt. Ich gucke jetzt mal kurz die Nachfolge. Der Kopf ist abgefallen beim Rodeln. Scheiße, oh Mann, ich werd da richtig langsam fahren einfach. Sag nochmal, ich hab Infos zum Rodeln, der ist ja gerade da, weil er sein Handy verloren hat und hat jetzt gerade noch mit denen geredet und die meinten, das ist lebensgefährlich, das heute zu machen, weil die ganze Strecke vereist ist. Na, lass hin. Dann lass hin, ja. Ich glaube, dann sollten wir das vielleicht nicht machen. Ey, ganz kurz, wer hat Bock, heute seinen Fuß abzureißen? Hier, ich würde gerne an so einem Zaun hängenbleiben und dann reißt es mir hier so komplett Fleischhunde rein. Sie hat nicht lebensgefährlich gesagt, nur dass halt alles krank vereist ist und das ist, ja. Also der lebensgefährlich Part ist nicht gesagt worden? Der ist nicht gesagt worden. Dann machen wir es. Wir machen es, Chad. Er soll sich mal für real fragen, ob das immer passt. Frag mal ernst. Kannst du mal auf ernst fragen? Ja, so auf, ohne dass jetzt auch Spaß, weil ich will mich echt nicht zu krass picken. Digga, verletzt am dritten Tag. Das macht keinen Sinn. Und auch keinen Spaß. Ich glaube, das Schlimmste, das passieren könnte, ist, dass wir den Schlitten verlieren. Aber so was Blödes wird, glaube ich, niemandem passieren. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass man sich den Fuß abreißt, aber das wird niemandem passieren. Ich meine, uns wird da schon nichts passieren. Meine Lippen sind so trocken. Meine Augen, ich beiß die die ganze Zeit ab. Ja, wegen der Luft hier, ne, ist das. Meine ganze Nase ist voll mit Popel, falls es jemanden interessiert hat. Ich würde gerne raussaugen. Klar, Rander. Boah, meinst du, das gibt es so Kink, dass Leute so, weil du kannst du so mit dem Mund hier so andocken, weißt du, so andocken oder einfach saugen, Bro. Ja, das mache ich manchmal bei Marsha. Nein. Doch. Echt? Und dann kommt Popel? Ne, aber dann tue ich so, als würde ich elfbar rauchen. Ist ein Klassiker. Zieht halt echt den Hellbauch an. Ich hätte sowieso den Hellbauch angezogen. Also ich wäre da nicht ohne Helm gerodelt. Bro, ohne Helm krodeln ist krank. Dann seid ihr verrückt. Ich weiß nicht, sind wir mit Helm gerodelt letztes Mal, Mike? Ja, ja, ja. Ja, warst du da dabei? Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Bro, ich glaube, 100%. Ich glaube einfach, ich glaube einfach nicht mehr. Hier ist es zufällig? Das war doch mit Helm gestreamt, Alter. Ich habe richtig Schiss jetzt vor allem. Ich wäre so müde von Honda geworden. Wegen was? Wenn das auf den Kopf fällt. Achso, du streamst jetzt auch einfach normal zu Hause. Ja, ja, genau. Ich bin hier auch. Alles mit Helm. Rosins Restaurant, schön mit Helm, Digga. Krass. Vielen Dank. Also ich habe hier Infos. Ich habe auf Instagram geschrieben. Timo Sauer meint, er hat ja geschrieben. Also es ist vereist. Sie haben die offizielle Ansage bekommen, dass sie jedem sagen sollen, wenn sie hochfahren, dass es gefährlich ist. Und letzte Woche gab es wohl einen Unfall, als es dann genauso ähnlich vereist war, I guess. Und sie hat aber jetzt nicht so reagiert, als wären wir wahnsinnig, wenn wir da hochfahren. Ja, dann machen wir es, Leute. Ich finde das schon sehr, sehr bedenklich. Das ist so ein schlecktes Vorzeichen, Mann. Was für Fick. Also ich glaube, es macht auch nicht so giga Spaß, wenn es so krank vereist. Das letzte Mal hat mir wenigstens so Schnee und es sind so reingefallen, war so süß, weißt du. Aber kann man nicht wirklich langsam angefahren? Bruder, real talk, lass einfach, selbst wenn wir hinfahren und es ist jetzt mega vereist, ja, dann fahren wir halt langsam und gehen nach Hause wieder. Klar, was sollst du schief gehen? Real talk. Aber wie meinst du langsam, wenn das Eis ist? Naja, du machst halt einen Tester. Na wie, wenn es Eis ist? Naja, Bruder, also du kannst ja trotzdem bremsen. Wenn es Eis ist. Wenn es Eis ist, ist es genau wie da, wo das Stanschlo war. Ja, Bruder, es wird keine 450 Meter Curlingstrecke sein, die da ist. Ja, keine Ahnung. Es wird halt ein bisschen Eis unter dem Schnee sein. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, heute war halt nichts zu schreien. Aber ich will nicht irgendwas dumm riskieren. Ja, ja, wir sollten es eher als Warnung nehmen, dass wir jetzt nicht übertrieben eskalieren, direkt erste Fahrt, sondern wir sollten einfach fahren und gucken, wie es so ist, you know? Und wir können, also, Bro, auch wenn es da vereist ist, kommen wir da mit 1 kmh runter. Boah, ich glaube nicht, dass das so ist. Okay. Wie? Wenn das vereist ist und du setzt dich drauf und dann rutschst du auch nicht weiter und dann rutschst du vom Schlitten runter. Wenn es richtig vereist ist, rutschst du dann mit deinem Arsch weiter. Dann rutschst du, dann springst du. Bruder, das ist nicht 54 Grad Winkel. Natürlich, Bro, so wenn du runterfällst, dann hältst du automatisch an. Würdest du mir sagen, der Kollege hier hinter mir, der rollt dann einfach den Berg weiter runter oder was? Ja, nicht rollt, rutscht. Auch nicht, nein. Und du auch nicht, Digga, du wiegst 20 Kilogramm. Bro, das ist auch bei, du kennst auch beim Stormboard fahren, wenn du eine dicke Abfahrt und dann legst du dich auf den Arsch und dann rutscht du auf den Arsch da runter. Bruder, ja, bei einer Skistrecke, Digga, aber die Rodelpisse ist doch nicht 45 Grad Winkel, Digga. Bro, ich hab das noch nie gemacht und die erzählt mir die ganze Zeit, dass es lebensgefährlich ist, Alter. Bruder, wir fahren doch nicht die gleiche Strecke jetzt runter, die wir snowboarden, Digga, bist du geistest? So hab ich mir vorgestellt. Was? Ich hab schon gedacht, das geht dann so. Nein, Bro, es ist fast flach. Sag du, wie ist? Ja, das ist unterschiedlich. Ganz kurz, ich hab Tim gesagt. Boah, die streiten sich jetzt gerade darüber, ob sie fahren oder nicht. Und Tim meinte, warum? Ist doch Content. Das ist Content. Real Talk, ich sag euch, wenn ihr es wirklich vorsichtig macht, wir sollten es nur als Warnung nehmen, nicht direkt crazy zu ballern, so wie Michael letztes Jahr geballert ist, sondern wir sollten ein bisschen mit Schilder fahren. Warum krieg ich jetzt hier das Fitback? Okay, dann machen wir es vorsichtig. Dann machen wir es ganz schön. Das ist ganz schön. Das ist die Piste, ne? Das ist die Piste. Oh, krass. Das ist die Lille, ne? Zeig. Das ist die Lille, ne? Das ist die Lille, ne? Das ist die Piste. Hier? Ja. Okay. Boah, das sieht aus, als es nach Tod und Verdärmung ist. Voll lang. Voll lang. Chad, da ist die Piste, das hier alles. Boah, die ist schon lang, ne? Das ist richtig anstrengend, dass du halt nicht bist. Geht das mit unserem normalen Ding-Ding oder müssen wir zahlen? Nee, müssen kaufen. Denkt doch nicht an Content. Bro, es ist... Bruder, ich weiß nicht, was ihr gerade da in eurem Kopf habt, Alter. Aber es ist jetzt keine... Wir reden nicht von einer Curling-Strecke, Digga. Es ist jetzt nicht nur Eis, Bro. Dass da ein Mauboffshügel war und ein Typ sein scheiß Bein von morgen hat, okay? Ja, Bruder, wir fahren vorsichtig, Digga. Er ist vielleicht nicht vorsichtig gefahren, Biler. Das ist zwischen den Liftmasten. Alter, what the... Und dann kamen wir gegen so einen Mast dagegen, oder was? Bro, also Real Talk. Bro, du kannst mich dann von den Mastkratzen... Einen Mastkratzen, Alter. Ey, wirklich, das ist krank. Wieland denkt gerade, wir fahren mit dem Schlitten dieselbe Strecke, mit der wir... Wo wir mit Snowboard runtergefahren sind. Digga, da kann auch kein Eis sein und wir würden draufgehen. Ja, Bro, aber wie wirst du bremsen, dann vereist es. Ich sag dir jetzt die Physik dahinter, wieso das heute richtig scheiß ist, okay? So, wir hatten ein bisschen Neuschnee gestern Nacht. Dann war heute richtig, richtig warm. Es ist alles geschmolzen ein bisschen. Und jetzt ist wieder Nacht und es ist kalt und das Geschmolzen ist richtig gefroren jetzt. Deswegen ist alles vereist. Hast du mir gerade erklärt, wie Eis funktioniert, Bro? So hat es funktioniert, Bro. Digga, ist das krank. Der hat doch Raketenwissenschaft studiert. Du. Ich würde wirklich sagen, wir fahren da hoch. Ja. Wir gucken. Digga, real talk. Und wenn es gar nicht geht, wenn wir nach 100 Meter merken, f*** it, drehen wir um, gehen wieder. For real, so machen wir es. Ja. For real. Kannst du mich nochmal so berühren? Länge. Wow. Digga, Wieland, hol dich rum. F*** dich, Shishak, Alter. Das ist gut, das ist wichtig. Oder? Nein, Bro. Dann bin ich nicht die Person, die rumholt. Okay, weißt du was? Wir fahren das Ding jetzt. Ja, wir fahren das. Und dann stirbt eure einzige Einnahmequelle. Und was dann? Nein, nein. Bei Newbase gibt es mehrere Einnahmequellen. Die haben jetzt auch Tomatolix. Okay. Meine Stelle wird dann vielleicht gekürzt, aber sonst. Ja, na, na. Ja, ihr müsst halt den Mitarbeiter abbauen. Nein, nein. Es ist schon vernünftig, mal kurz drüber nachzudenken, ob es smart ist oder nicht. Aber ich bin der Meinung, dass wir es probieren können. Wir werden jetzt da nicht drauf gehen, Leute. Klopfen auf Holz. Habe ich keins. Auf Boden. Auf Knie geht auch. Auf Knie ist es auch noch so. Da fahren das sogar Kinder runter. Kinder sind unzerstörbar, zählt nicht. Real talk. Kinder sind aus demselben Material gemacht wie 3310. Das macht gar keinen Sinn. Wir haben heute auch so eine Kinder-Skischuhe gesehen im Funpark, wo die machen da 360s, mauen sich fahren weiter. Jungs, die nicht. Übertreibt halt wirklich. Okay, wir werden sehen, wer von heute Abend noch lebend nach Hause kommt. Also Freunde, meine Energie kommt langsam wieder. Ich würde sagen, wir gehen, oder? Ja, bei der Welt tut mal keine Getränke da rum. Wie denn? Ist das äquivalent? Schlimmlich ziehe meinen Rückenprotektor an. Damit bin ich unzerstörbar. Das war mein Ironman-Suit, Alter. Also Real talk, du solltest... Also wir sollten alle mit Helm rodeln, oder? Hä? Ja. Klar, ich bin mit Helm. Ja? Ja. Du machst auch zum ersten Mal, Miguel, ne? Ich habe das Gefühl, du wirst fahren wie ein Geisteskranker. Du siehst aus wie einer, der so anderen Leute hinten reinfährt mit dem Schlitten. Bro, ich finde, Miguel sieht aus, als wäre es deine Butze hier. Mit Kronleuchter, guck mal mit dem Glas. Tausch dieses Glas mit einem Whisky aus und das wäre deine Butze hier, Bro. Real talk. Das war ein Whisky-Keller. Let's go. Bro, real talk. Also real talk, wir fahren da hoch, wir fahren aber verantwortungsbewusst und machen keine Scheiße. Was geht sich cool ist, oder wir haben das cool ist, oder wir haben das cool ist, oder? Was denn? Kopf-Lampen. Oh. Oh. Kopf-Lampen. Da ist aber alles beleuchtet, Bro. Aber am letzten Mal war auch nicht alles beleuchtet. Ja, Bruder, aber also ist jetzt nicht das... Ich will eine, okay? Wenn der eine will, ich nehme eine. Komm. Ich will auch eine oder auch eine nehmen, für Chats. Nö. Für Content ist Content wäre eine Kopf-Lampe. Nö, ich will keine Kopf-Lampe. Ich nehme keine Kopf-Lampe. Doch, doch, ist aber Content. Chat sagt die meisten, es ist Content. Es wäre übel Content, wenn du mir 100.000 Euro überweist. Das wäre mega, der Content. Hallo, Luigi. Ich weiß nicht, wer Luigi ist. Achso, er hier wahrscheinlich. Das ist krank. Das ist krank. Junge, Mike ist verrückt geworden, Alter. Sind letztes Jahr auch in Österreich bei vereisten Strecken rodeln gewesen, sind einfach langsam gefahren und wenn es gar nicht ging, abgestiegen und gerutscht. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch in den anderen Rutschen. Hast du einen Luigi-Sticker? Ja. Danke. Bitte. Aber ihr müsst einmal runterfahren, während ihr einander den Cock reibt. Okay. Das ist dann der Part von dem Mann da links. Mal gespulen. Mal gespulen. Das ist krank. Ja, und sonst? Und sonst so, Leute? Was ist sonst so? Alter, mich f***st ja gerade komplett auseinander wieder. Bro, warum bist du so am Arsch? Ich verstehe das gar nicht. Weil ich im Gegensatz zu dir auch was gemacht habe beim Snowboarden, you know? Ich habe halt die Schanzen mit mehr als 1 kmh genommen heute. Ey, Skibrille ist übrigens sehr wichtig, ne? Echt? Ja, damit du was siehst. Ich f*** jetzt oben. Du hast, kriegst du Schnee die ganze Zeit in die Fresse. Ich f*** jetzt gar nichts, wenn es so dunkel ist. Bro, du kriegst die ganze Zeit Schnee in die Fresse, trust me, ist ultra wichtig. Es ist mega hell. Ich weiß nicht, ob du gerade Ironie machst oder nicht. Ich mach's nicht, ich mein's ernst. Du meinst ernst ohne Skibrille? Was meinst du wirklich ohne Ironie jetzt? Ohne Ironie? Okay. Weil ich bin mir eigentlich nicht sicher. Wem ist die Skibrille mit? Aber ich seh doch dann gar nichts. Doch, die meisten Skibrillen. Bro, du siehst nichts ohne die Skibrille. Ja, ja. Weil die Skibrille wird dir den Schnee aus der Fresse halten. Du wirst sonst, trust me, ich bin sonst mit Mike gefahren. Digga, nein. Und hatte die ganze Zeit Schnee in der Fresse, weil Mike mit seinen Stiefeln, wenn er mal gebremst hat, es kam selten vor, so doll gebremst hat, dass da alles an Schnee in meine Fresse geballert ist. Du bist zwei Meter zusammengefahren, dann hast du mich vom Schnitten geschossen. Ja, Bruder. Nein, 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 nein. Wir sind zwei Meter gefahren. Danach waren wir so schnell, dass du den Schnitten nicht mehr unter Kontrolle hattest und wir sind runtergefallen. Aber machen wir zwei Artikel oder fahren wir alleine? Ich würde auch alleine sagen. Ja, ich fahre alleine, Bro. Ich fahre erst mal einmal alleine runter, Strecke checken und dann zu zweit. Guck mal, das Ding ist... Ja, wir fahren mehrmals auf jeden Fall. Zwei, drei Mal. Hast du gedacht, wir fahren nur einmal runter, oder was? Wir sind Weltrennen nur, wenn es wirklich geil ist. Es gibt manchmal am Ende von der Rodelstrecke so eine lange Ziehstrecke, also wo es lange gerade ist. Da ist dann auch jetzt nicht so schlimm, wenn wir da jetzt Volker Roche und ich bremsen können. Ja, und meistens kommt danach aber so ein Abhang und dann musst du lenken und wenn du es nicht hinkriegst, dann fährst du den Abhang runter. Was? Ja. Das war noch nie so, Bro. Das ist immer so gebaut. Nein! Du hast es immer so mit Fallen gebaut. Digga, ja. Denn, Bro, tut so als wäre es so ein Dungeon, den wir jetzt gleich mit Schlitten runterfahren. Ey, Wieland, du übernimmst mal ganz kurz. Ich hoffe, das ist hier mehr als einen Satz zusammen pro Minute. Aber ich würde währenddessen kurz auf Toilette gehen. Ich schreik euch jetzt wirklich so lange an, bis Kevin wieder da ist, okay? Bro, selbst Daniel, unser Kameramann, der noch nie in seinem Leben gestreamt hat, hat, glaube ich, mehr geredet, als er auf dem Lift war, als du. Das stimmt doch gar nicht. Ey, Reedsmann! Digga, wo ist denn Reedsmann? Ey, Dominik! Reedsmann! Dominik! Dominik! Ganz kurz, wo ist Dominik und wer ist dieser Robe-Man? Alter, polig... Junge, du siehst aus wie ein Scaff, Alter. Digga, die Mache ist ja so sexy. Nacktrodeln. Ja, wir machen Nacktrodeln. Wieso liegt der da so und guckt mich an? Wieso macht der das? Bro, das haben wir auch assi. Guck mal, ich bin nicht, ich bin nicht konfident genug, dass jemand neben mir sitzen kann und mich ständig auslacht, während ich arbeite, okay? Ich bin ja hart an Malogen. Ihr schreibt einer normalerweise, es gibt nicht den Part. Ich bin ja hart an, ich bin ja hart an, ich bin ja totes Feedback von der Toilette. Ja. Äh, ein bisschen mehr sagen, bitte. Bro, bitte schaltet ihn schon ab. Bro, bitte schaltet ihn einfach alle ab. Ich würde es ihm einfach hören, wenn er gleich keine Zuschauer mehr hat.